Jetzt als Nächster das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Nachdem die beiden letzten Vorrednerinnen gerade auf den Antrag eingegangen sind, der die Zusammenarbeit, die rechtliche Zusammenarbeit stärken möchte, der darauf ausgerichtet ist, internationale rechtliche Zusammenarbeit zu stärken und auszubauen, möchte ich auch noch einmal auf diesen wesentlichen Punkt eingehen. Denn ich glaube, es ist gut, dass die Fraktion Bündnis 90 die Grünen diesen Fokus lenkt auf ein so wesentliches Thema. Und ich finde den Antrag von seiner Intention her wirklich berechtigt. Und wir haben ja auch im Ausschuss darüber diskutiert, Frau Kollegin Koll. Sie haben dieses Thema stark vorangebracht. Ich finde das richtig. Und ich werde aber einiges noch zum Inhalt sagen. Aber ich glaube, in der Debatte hier sind wir auf dem richtigen Weg. Sie haben als Intention genannt, freien und gleichen Zugang zum Recht und einem funktionierenden Justizwesen. Das ist wichtig für oder unerlässlich, sagen Sie, als Voraussetzung für Stabilität und Nachhaltigkeit. Und das ist so und das ist richtig. Und deswegen bemühen wir uns auch ganz vielfältig, und das beschreiben Sie auch in Ihrem Antrag, über viele Organisationen, die IAZ-Stiftung wurde genannt, aber beispielsweise auch über die politischen Stiftungen, intensiv Rechtsstaatsdialog zu betreiben, die Voraussetzungen für einen demokratischen Staat in Ländern zu etablieren und auch Wissenstransfer zu leisten. Und von daher ist der Ansatz da. Und Frau Berlosser hat ja gerade auch beschrieben, was wir alles in dem Bereich schon machen. Also die Erkenntnis, dass Rechtsstaatsdialog wichtig ist, dass Demokratietransfer wichtig ist, den haben wir, und deswegen ist der Antrag auch richtig. Ich glaube, dass es wichtig ist, ich glaube, dass es wichtig ist, zu sehen, in den Staaten, wo wir die Chance haben, Grundlagen der Demokratie zu stärken, zu etablieren und wesentliche Aspekte der Gewaltenteilung, aber auch das Funktionieren eines Staates voranzutreiben. Da sollten wir das machen, und da sollten wir nicht warten, wenn möglicherweise in fragilen Strukturen im Grunde Macht von nicht demokratisch legitimer Seite wieder im Grunde die Macht ergreift und die kleinen demokratischen Strukturen, die sich teilweise herausgebildet haben, zerstört werden. Deswegen haben wir auch darüber diskutiert, was wir machen können, um Staaten dabei zu unterstützen. Und ich denke beispielsweise an den Südsudan, wo in einem Gesellschaftsdiskurs, wo in einem demokratischen Dialog gerade versucht wird, auf den nächsten Schritt überzugehen, nämlich eine Verfassung zu schreiben. Und das ist etwas, da müssen wir darüber nachdenken, ob wir die Strukturen, die wir haben, zum Beispiel mit der IAZ-Stiftung, nicht unterstützen, nicht stärken, um so ganz konkrete Projekte auch zu machen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da müssen wir bei dem Antrag einen Schritt weitergehen. Und da haben wir auch schon den Dialog gesucht. Und da müssen wir jetzt, ich sage mal, ein bisschen weiter in die Tiefe gehen und überlegen, ob wir nicht beispielsweise für die IAZ-Stiftung, für ganz konkrete Projekte, zum Beispiel für den Verfassungsprozess im Südsudan, auch Gelder bereitstellen, dass wir ihn unterstützen können. Deutschland engagiert sich da, zum Beispiel auch mit dem Max-Planck-Institut in Heidelberg, in einem unheimlich spannenden Prozess. Das ist auch wirklich interessant, bei dem wir auch lernen, unsere demokratischen Strukturen immer wieder zu hinterfragen und zu stärken, wenn man sieht, im Diskurs mit diesen Ländern, welche Probleme auftauchen können. Deswegen würde ich sagen, dass wir doch alle Fraktionen, insbesondere dann, wenn die Kollegen von den Linken auch aufpassen und mal in die richtigen Anträge gucken, dann auch wirklich schauen, dass wir als alle Fraktionen uns diesen Antrag einmal vornehmen, überlegen, mit welchen Institutionen, politischen Stiftungen, auch den Stiftungen IAZ hatte ich gerade genannt, Max-Planck-Institut, im Haushalt, und ich glaube, da würde es ganz konkret hinpassen, im Haushalt die entsprechenden Mittel einzustellen, um auch ganz konkrete Projekte in den Ländern, die wir beim Demokratieprozess und Rechtsstaatsprozess unterstützen wollen, auch weiter fördern können. Dem Antrag wünsche ich ein bisschen mehr Konkretheit, Packbarkeit. Natürlich ist es richtig, dass wir Staatsanwälte, Richter, aber auch vielleicht mal Rechtsanwälte. Das würde mich auch mal freuen. Für die ist es natürlich manchmal etwas schwieriger. Aber warum eigentlich? Warum können wir nicht über die Kammern, über den DAV, über die BRAC auch Möglichkeiten haben, dass Anwälte in diese Länder gehen? Also, dass wir einmal schauen, welche Möglichkeiten und Rahmen müssen wir schaffen? Das ist ja oft eine Länderthematik, weil es den Ländern schwerfällt, Staatsanwälte und Richter freizustellen und dann beispielsweise für ein Jahr in ein Land zu entsenden. Was können wir machen, um dies zu unterstützen? Und auch da sind es, glaube ich, wieder die Akteure, Stiftungen, Institutionen, die das befähigen würden, zum Beispiel über Drittmittelprojekte. Max-Planck-Institut ist so etwas. Dort unterrichten viele Staatsanwälte und Lehrer nebenamtlich. Das zu befördern, dass wir es hinkriegen, dass Rechtsstaatsdialog, Demokratietransfer wirklich funktioniert. Ich würde raten, dass wir diesen Antrag heute so in der Kürze und Knappheit nicht annehmen, aber den Diskurs weiter, insbesondere im Rechtsausschuss und im Verbraucherausschuss führen, um wirklich auch die Gelder, die wir, glaube ich, finden könnten, bereitzustellen für diese aus meiner Sicht in der Intention richtigen Dinge, die wir anpacken sollten. Dankeschön. Vielen Dank. Die Aussprache ist damit beendet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.